Wir haben 20 Minuten gebraucht, um diese Dinger hier zu verbinden, dass wir uns gegenseitig hören. Jetzt hören wir uns, sag was. Hallo, ich bin Phoebe. Ich bin hier weg, auch von diesem Ort. Das ist mir alles zu viel gerade. Du fährst erst mal eine Tausende. Weißt du, wie man, also was man macht, wenn man hinten raus ist, ja, oder? Festhalten. Wie schnell fährt die? Über 300. Geil. Fahren wir auch Autobahn? Können wir machen, ja. Ich war noch nie auf der Autobahn mit Motorrad oder so. Ach, du darfst mit dir gar nicht? Ich darf damit gar nicht. Du darfst nicht auf der Autobahn fahren mit dir. Nein. Oh mein Gott. Ich muss immer auf den Dorfstraßen so rumhalbern.